hallo zusammen herzlich willkommen zu unserer berichterstattung hier von patients today mein name ist eva schumacher wohl von den krebsmagazin mama mia wir berichten vom esmo das ist der europäische krebskongress der european school of medical oncology esmo und wir haben wieder festgestellt dass der kongress sehr an bedeutung gewinnt gegenüber den amerikanischen krebskongressen die früher immer so quasi das maß aller dinge waren aber der europäische krebskongress hat sich schon sehr gemausert es werden dort ganz wichtige mittlerweile themen vorgestellt es gibt immer mehr zu teilnehmer und wir waren auch wieder dabei wir das sind frau professor habeck vom brustzentrum der lmu münchen und meine wenigkeit wir waren nicht alleine dort aber wir waren auch dort und haben wieder präsentationen beziehungsweise themen rausgesucht die interessant sind es gibt eine berichterstattung zum herr zwei positiven herr zwei low metastasierten brustkrebs und hier geht es jetzt um den hormonabhängigen brustkrebs und ich freue mich sehr dass frau professor habeck sich wieder die zeit nehmen wir sind mittlerweile ein bewährtes team und ich freue mich dass wir gleich noch mal zwei wichtige themen besprechen können professor habeck ja vielen dank ich denke wir haben da zwei sehr wichtige abstrakts rausgesucht freut mich natürlich auch dass eins davon aus deutschland ist und eines eben auch was sehr sehr viele patienten betreffen wird hier noch mal die disclaimers und disclosures das erste ist die frage der therapie mit einem cdk 4 6 inhibitor beim hormonrezeptor positiven nicht herzwei überexprimierenden mamakarzinom da geht es um die frage wenn der tumor aggressiv ist ist dann die chemotherapie besser oder kann man auf den cdk 4 6 inhibitor und hier wurde es abemaziclip in der studie verwendet vertrauen und das ist natürlich eine ganz wichtige frage weil früher hatten wir gesagt wenn so ein tumor aggressiv ist die inneren organe betrifft und eventuell auch schon labor wert veränderungen da sind oder schnell fortschreitet nach der oder während der vorbeugenden antihormontherapie dann ist das vielleicht ein ein sehr sehr aggressive erkrankung wo man mit der chemotherapie ein besseres zurückdrängen des tumors erreichen kann das war so die vorstellung und dann unter dieser vorstellung wurde die studie gemacht und diese aggressivitätsmerkmale wurden da eben als einschlusskriterien mit aufgenommen und dann hat man eben solchen aggressiven brustkrebs hat man die patienten randomisiert entweder abemaziclip als cdk 4 6 inhibitor mit einer anti-hormontherapie oder eine chemotherapie jetzt erstmal für zwölf wochen gegeben und dann eben diese erhaltungstherapie und was gezeigt wurde als primärer endpunkt ist das ansprechen auf die therapie nach zwölf wochen also wie schnell kann diese therapie die tumor erkrankung zurückdrängen ist da die chemotherapie besser oder das abemaziclip genauso gut und hier nochmal die beiden studien arme die gezeigt wurde geht es natürlich auch um die nebenwirkungen unter diesen beiden therapien und cdk 4 6 inhibitor sind ja die therapien die als wirkungs verstärkung der anti-hormontherapie heute eigentlich standard sind als erste therapie wenn so ein brustkrebs mit hormonrezeptoren aber nicht herzweigetrieben metastasiert und man kann das ergebnis sehr kurz machen es hat sich gezeigt und das sieht man hier in diesen oberen beiden zeilen das ist das ansprechen entweder das komplette oder teilweise ansprechen und darunter dass die stabilisierung der erkrankung und da sieht man das eigentlich das abemaziclip ein deutlicheres ansprechen zeigt als die chemotherapie 58 also fast 60 prozent versus 40 prozent aber auch unter der chemotherapie kommt es in dem relevanten teil der patienten zu einer stabilisierung der erkrankung und was glaube ich ganz wichtig ist an diesem ergebnis man denkt ja mal chemotherapie so als keule in die wenige geben in der regel geht es sehr wirkt sehr sehr schnell und das ist eben nicht der fall sondern dass abemaziclip führt in den zwölf wochen auch zu einem deutlichen zurückdrängen der tumorerkrankung wenn man sich dann die nebenwirkungen nochmal anschaut dunklen balken oder dunkle farbe bedeutet immer höher gerade nebenwirkungen also stärker ausgeprägt da sieht man dass die blutbild veränderungen auch unter dem abemaziclip da sind wie unter der chemotherapie abemaziclip kann durchfall machen aber in der regel ist das gut behandelbar entweder mit im modium und auch einer dosisreduktion aber ansonsten gibt es halt nebenwirkungen die treten vor allem unter chemotherapie auch wieder haarausfall wie die des bitzeln an den fingerspitzen und und füßen das die genannte neurotoxizität also die nerven schädigung das sind dinge die mehr unter chemotherapie auftreten aber man sieht dass eben beide substanzgruppen nebenwirkungen machen können aber gott sei dank schwere nebenwirkungen oder auch bedrohliche nebenwirkungen extrem selten sind so dass man zusammenfassen kann von dieser abigale studie dass die chemotherapie als der als als erstlinien therapie bei patientin mit einer hormonempfindlichen herz 2 negativen also nicht herz 2 getriebenen brustkrebs erkrankung nicht unbedingt besser ist als eine therapie mit einem CDK4-6 inhibitor mit dem abemaziclip in einer anti-hormontherapie zusammen und die nebenwirkungen entsprechen dem was man durch die einzelnen substanzgruppen weiß und was natürlich jetzt interessant ist ist inwieweit setzt sich diese eigentlich überlegenheit der abemazicliptherapie wenn man nur die reinen zahlen ansetzt der gegenüber der chemotherapie auch in den längerfristigen endpunkten wie zum beispiel das fortschreiten der erkrankung um und für den behandlungsalltag bedeutet das nur dass wir eigentlich bei fast allen patienten mit metastasierung hormonrezeptor positiv herz 2 negativ mit einem CDK4-6 inhibitor arbeiten können und dass die aggressivitätsmerkmale wie metastasen in inneren organen oder auch schon laborwertveränderungen nicht unbedingt jetzt in richtung chemotherapie drängen das einzige was man heute als indikation für die chemotherapie in dieser situation sieht ist die absolut lebensbedrohliche erkrankungssituation war man da doch sich erhofft dass man durch die chemotherapie vielleicht auch zwei medikamente in die wenige geben eine etwas schnellere schnelleres zurückdrängende erkrankung erreicht aber wenn man diese zwölf wochen zeit hat abzuwarten dann ist hier die therapie mit dem abemaziclip einfach ebenwürdig sogar wenn man die zahlen sich anschaut vielleicht sogar ein kleines bisschen überlegen also ich finde eine tolle studie eine ganz ganz praxisrelevante aussage und wir haben schon solche studien wie zum beispiel wenn ich an die right choice studie mit dem riboziclip denke bei jungen frauen die eigentlich genau das gleiche gesagt haben so dass das jetzt glaube ich wirklich ganz klar ist für alle chemotherapie eigentlich nur noch in ausnahmefällen bei dieser tumorerkrankung in der erstlinie situation ich glaube es hat sich ja auch mehr oder weniger schon bei uns als so etabliert dass in der ersten linie cdk 46 gegeben wird ich kenne jetzt keine zahlen aber ich glaube das hat sich schon relativ gut durch 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 durchgesetzt nichtsdestotrotz ist natürlich immer schön wenn man noch mal eine bestätigung hat und gerade diese zwölf wochen chemotherapie die zeigen ja wirklich in kurzen zeitraum ob es einen unterschied gibt oder nicht jetzt sagten sie wenn es wirklich eine lebensbedrohliche situation ist dann sagen sie naja das muss jetzt wirklich ganz schnell funktionieren aber dann würden sie ja wahrscheinlich auch keine mono chemotherapie machen sondern vielleicht eine kombination um sicher zu gehen dass jetzt diese lebensbedrohliche situation schnell in griff zu kriegen ist weil ich meine der vergleich jetzt zeigt ja es gibt keinen unterschied das heißt wie können sie dann erklären dass das ist dann bei einer lebensbedrohlichen situation dass dann doch eine chemotherapie in vorteil bringt also zum einen noch mal auf die erste bemerkung zurückzukommen haben wir aus dem prägnantregister in deutschland ganz guten überblick wie schnell wird zu diesen cdk 46 inhibitoren übergeschwenkt sind von der chemotherapie ich glaube jetzt liegt das so bei 80 prozent einsatz in der erstlinie und chemotherapie um die zehn prozent was ganz ganz toll ist auch aus sicht der patientin weiß einfach die besser verträgliche therapie ist die jetzt im vordergrund steht was die leitlinien angeht mit der lebensbedrohlichen situation es gibt gibt ja weitere studien die chemo mit diesen anti-hormontherapien und auch mit cdk 46 inhibitor verglichen haben und man sieht keinen signifikanten unterschied auch in der schnelligkeit des ansprechen aber eine kleine tendenz dass die chemotherapie vielleicht doch ein zwei wochen früher ein ansprechen zeigt und das hat ja jetzt diese studie nicht als primären endpunkt auch untersucht das heißt dass wir da schon eher zur chemotherapie tendieren auch weil es in die wenige geben wird schneller dorthin kommt wo es hin soll und die wirkung auch etwas direkter ist es geht ja darum die tötung von zellen während die cdk 46 inhibitor ja erst mal das wachstum unterbrechen und dadurch die zellen sich nicht mehr weiter vermehren können also das ist so der grund aber wir haben die indikation schon in eine ganz ganz weite nische gesteckt damit die meisten patienten eben doch diese cdk 46 inhibitor bekommen können und gerade das abemaziclip ist ja auch eine substanz die gut vertragen wird man muss auf die durchfälle achten aber wenn man das gefunden hat es macht dann die dosis entsprechend anpassen aber dann kann man die substanz auch gut geben und es macht halt auch nicht diese ganz tiefen neutropenien die die anderen beiden substanzen palbozyklip und ribozyklip machen also gute substanz und wirklich schöne schöne daten hier aber man muss fairerweise sagen auch für das ribozyklip und auch für das palbozyklip gibt es studien die das mit chemotherapie verglichen haben und eben gezeigt haben dass das eigentlich ebenbürtig ist der nachteil an der chemotherapie ist ja wie zum beispiel diese polyneuropathien dass die in der regel nicht reversibel sind das heißt die bleiben die bilden sich nicht zurück und haarausfall die haare wachsen wieder wenn man nicht die nächste chemotherapie kriegt aber das ist trotzdem so ein punkt der der für patienten extrem für manche extrem belastend ist so extrem dass manche auch sagen ich will die therapie nicht wenn ich wieder eine glatze kriege oder wenn ich überhaupt eine glatze krieg und das verglichen mit durchfall der natürlich sehr lästig ist und ein auch vorübergehend sehr einschränken kann aber nichtsdestotrotz sind das glaube ich ist es eine nebenwirkung vor der patientin weniger angst haben als haarausfall wodurch die krankheit sichtbar wird und auch polyneuropathien die einfach oft bleiben können und auch gerade in den füßen zugang und sicherheit führen können so da gibt es ja schon einige nebenwirkungen die einen längerfristig auch beschäftigen von daher finde ich jede bestätigung gut dass das ein guter weg ist und ich glaube das hat jetzt die studie noch mal eindrucksvoll gezeigt genau also das wie gesagt es ist ja auch so dass manche dieser chemotherapie nebenwirkungen ja schon existieren durch die behandlung bei der frühen erkrankung und dann eben wirklich schlimm werden wenn das noch weiter sich verstärkt und das gute bei den cdk 46 inhibitoren das weiß man auch für alle drei die es da gibt ist dass wenn wir die dosis wegen nebenwirkungen reduzieren müssen dass die wirksamkeit erhalten bleibt das heißt man darf auch keine angst haben den ärzten zu sagen ich hatte durchfall und habe auch vielleicht ein bisschen fatigue also bin sehr sehr müde sehr abgeschlagen weil man weiß wenn man die dosis eine stufe zurücknimmt dann bleibt die wirksamkeit erhalten und das glaube ich ist auch ein ganz ganz wichtiges signal einfach ganz offen über nebenwirkungen sprechen rasch die dosis so anpassen dass man das dauerhaft nehmen kann und dann sind das ganz hervorragende substanzen würden sie im zweifel auch von einem cdk 46 inhibitor zu einem anderen wechseln wenn die nebenwirkungen sage ich mal nicht mehr kontrollierbar sind oder unerträglich oder ja unbedingt dass die substanzen unterscheiden sich da ja auch ein bisschen das ribozyklip kann leberwertveränderungen machen die zum teil auch hoch sein können so dass man angst hat dass da eine gewisse unverträglichkeit auch da ist das kann auch beim am herzen auch gerade wenn man andere medikamente nimmt die die reizleitung am herzen vielleicht ein bisschen verlangsamen kann es da probleme machen dann kann man wechseln wenn das auftritt genauso kann man das abemaziclip wenn man mit den durchfällen gar nicht zurecht kommt eben auch verlassen weil eben die anderen beiden substanzen da weniger probleme machen mit mit durchfällen also ich glaube das ist ganz gut aber ich würde in erster linie immer bei der substanz mit der ich anfange auch erstmal bleiben und schauen ob man das nicht in den griff kriegen und der regel entscheidet sich dass in den ersten ein zwei zyklen dann hat man eine dosis gefunden mit der es weitergeht und dann kann man da auch dauerhaft auf diese substanzen verlassen sich verlassen prima dann glaube ich können wir noch zur nächsten studie gehen ja das ist das was ich schon angekündigt hatte die detect 5 studie eine studie die von herrn professor janni aus ulm entwickelt und auch vorgestellt wurde da geht es um die herr 2 positive erkrankung also die gesungen an herr 2 getriebenen tumoren wo ganz viel herr 2 rezeptor auf der tumorzellen oberfläche ist die aber gleichzeitig in diesem fall etwa die hälfte der fälle auch hormonrezeptor positiv sind und die detect 5 studie oder auch gewendu studie hat eben die patienten randomisiert das in der metastasierten situation das konnte erste bis dritte therapielinie gewesen sein chemotherapie mit anti herr 2 antikörpern gegenüber einer antihormontherapie mit anti herr 2 antikörpern und als dann die cdkf6 inhibitoren kamen und wir gemerkt haben wie wirksam die ist wurde in diese studie auch das ribozyklip als cdkf6 inhibitor mit aufgenommen also man hat dann verglichen chemotherapie plus anti herr 2 therapie gegenüber antihormontherapie mit cdkf6 inhibitor und anti h2 therapie und den patienten die eine chemotherapie bekommen haben die durften dann als erhaltungstherapie quasi zur stabilisierung des erfolges auch neben der antihormontherapie des ribozyklip bekommen und hier noch mal die beiden therapie arme und da geht es natürlich dann in erster linie um die wirksamkeit und um die sicherheit dieser therapie arme und was macht der cdkf6 inhibitor hier das erste ergebnis chemotherapie frei versus chemotherapie basierte therapie und da sieht man das rot ist das mit der chemotherapie das blau ist ohne chemotherapie da sieht man hier eigentlich weder für das progressionsfrei überleben noch für das gesamte überleben einen deutlichen unterschied auch wenn die kurven so ein ganz kleines bisschen auseinander gehen das ist nicht statistisch signifikant da würde ich jetzt auch nichts daraus interpretieren aber man kann sagen dass die chemotherapie hier über mehrere therapie linien also nicht nur erst linie jetzt nicht unbedingt einen vorteil hat gegenüber der antihormontherapie wenn man sich die nebenwirkungen ansieht dann sieht man dass die nebenwirkungen schon bei beiden therapien auftreten das hatten wir auch eben schon in der studie in einer anderen erkrankungssituation also auch antihormontherapie mit cdkf6 inhibitor kann nebenwirkungen machen kann auch zum beispiel starke blutbildveränderungen machen dafür ist das ribozyklip ja auch bekannt aber es ist jetzt hier keine dramatischen nebenwirkungen zu erwarten die frage bringt das ribozyklip war sieht man ja auch ganz eindeutig beantwortet das bringt was aber hier ist natürlich nicht geguckt auch weil es noch sehr wenige patienten sind in welchem arm das mehr bringt aber man sieht dass die antihormontherapie mit dem ribozyklip der reinen antihormontherapie in dieser studie über beide studienarme hin überlegen ist müssen natürlich die klinische frage müssen wir jetzt quasi zur stabilisierung des therapieerfolges immer auch ein cdkf6 inhibitor dazu geben ich glaube das kann die studie zu dem derzeitigen stand standpunkt noch nicht beantworten da müssen wir auf weitere nachbeobachtung warten und natürlich auch auf andere studienergebnisse das heißt ich werde mit meiner schlussfolgerung für den klinischen alltag etwas zurückhaltend wird sagen dass die studie zeigt dass für einzelne patienten gerade die vielleicht keine chemotherapie haben können die kombination einer antihormontherapie mit anti a2 therapie also mit den antikörpern hier wie in der studie eine alternative zur chemotherapie darstellen kann wir wissen nicht ob das in allen therapie situationen wirklich absolut gleichwertig ist und deswegen wäre ich da etwas zurückhaltend und wir können durch diese studie auch noch nicht die frage beantworten ob wir jetzt immer ein cdkf6 inhibitor dazugeben sollen ich denke da wird es weitere studiendaten auch international geben und letztlich muss man auch fairerweise sagen dass diese therapie hier sehr im fluss ist und wir nächstes jahr auch eine studie mit dem tdxd in der ersten linien therapie erwarten das kann sein dass dann unsere ganzen therapiealgorithmen wann wir was machen auch noch mal deutlich durcheinander gewirbelt wurden also tolle ergebnisse sehr patienten orientiert würde ich sagen dass man doch im einzelfall hier auch mal auf eine chemotherapie verzichten kann aber wir können noch nicht genau sagen bei welchen patienten das jetzt wirklich geht ohne einbußen auch der überlebenswahrscheinlichkeit die kombination ist ja wenn mich nicht alles täuscht auch nicht zugelassen richtig das heißt wenn man auf die chemotherapie verzichten wollte und die kombination geben müsste man dann antrag bei der kasse stellen oder könnten sie das einfach so argumentieren dass keine chemotherapie möglich ist oder es gibt aus der vorzeit würde ich sagen es gibt sogar die möglichkeit das trastuzumab mit einer anti-hormontherapie zu geben und es gibt auch ein kleines molekül das lapartinib was auch mit einer anti-hormontherapie zugelassen ist aber jetzt ein cdkv6 inhibitor und eine doppelte h2 blockade dafür gibt es jetzt nicht gibt es keine zulassung so dass man das natürlich dann mit der kasse besprechen muss aber ich denke jetzt auch eher an patienten die aus irgendwelchen gründen keine chemotherapie haben können und da sind ja die kassen dann oft schon so dass sie da auch zuhören wenn man das als wirklich einzelfall entscheidung beantragt und gut begründet und deswegen wäre ich jetzt auch sehr zurückhaltend mit dieser studie die ja doch unterschiedliche kollektive hatten die ersten patienten hat nur anti-hormontherapie dann nach den ersten 120 patienten eben auch das ribozyklip dabei da kann man jetzt sicherlich noch nicht für alle patienten einfach die standards komplett umstellen was viele patienten nicht gut verstehen und das weiß ich aus den ganzen gruppen und die diskussionen und was viele patienten verunsichert wenn der tumor hormonabhängig ist und dann eine und vielleicht auch herz 2 positiv ist und die herz 2 gerichtete therapie gegeben wird ohne antihormonelle therapie oder wenn eine chemotherapie gegeben wird auch ohne antihormonelle therapie oder zum beispiel tdxd trastuzumab der ruckstikern bei herz 2 low ohne antihormonelle therapie dann ist die frage immer ja aber mein tumor ist doch immer noch an hormonabhängig und diese hormonabhängigkeit wird jetzt gar nicht therapeutisch adressiert ist es ein grund sich sorgen zu machen oder warum wird dieser hormonabhängige sage ich mal klon jetzt nicht adressiert in den therapien oder wieder doch adressiert also ich glaube dass wir da sagen wir mal in der medikamentenentwicklung nicht genügend darauf rücksicht genommen haben in der vergangenheit und die zulassungsstudien halt dann ganz ohne antihormontherapie zum beispiel gemacht wurden die zulassungsstudie für den erstlinienstandard die cleopatra studien taxan plus duale r2 blockade da war gar keine antihormontherapie vorgesehen wir machen das ja jetzt schon dass wir das als erhaltungstherapie geben wenn wir die chemotherapie absetzen also da gehen wir schon einen schritt weiter als die zulassungsstudie ich denke die daten sind so gut aus den zulassungsstudien dass man sich da jetzt erstmal keine sorgen machen muss trotzdem wollen wir uns ja immer weiterentwickeln schauen was kann man noch verbessern um vielleicht die tumor noch länger zu kontrollieren und wir wissen dass die antihormontherapie und die antihazweiterapie auch gegenseitig resistenzmechanismen blockieren sodass das schon im einzelfall daneben auch günstig sein kann ich glaube es wird jetzt weitere studien geben die dieses prinzip auch weiter untersuchen und was das tdxd angeht so hatten wir in einer ganz frühen studie vor einigen jahren schon mal bei der ersterkrankung in der neoatihormonsituation gezeigt dass man die wirksamkeit des antikörper wirkstoff konjugat des tdm1 durch eine antihormontherapie nicht erhöhen kann das heißt wenn da schon eine chemo im rucksack quasi mit dabei ist dann scheint die antihormontherapie da nicht zusätzlich zu wirken und so machen wir es ja im alltag auch auch bei der nicht herzwei überexprimierenden erkrankung dass wir chemo und antihormontherapie eigentlich nicht kombinieren und einer der gründe dafür ist dass die antihormontherapie die tumorzellen ja quasi am wachsen hemmt an der teilung hemmt und eine chemotherapie wirkt am besten auf sich schnell teilende zellen sodass das ja auch ein gegenläufiger effekt sein kann also ich denke man sollte sich keine sorgen machen trotzdem ist das ein thema was international durchaus in studien jetzt auch weiter adressiert wird ganz spannend weil es wirklich immer wieder diskutiert wird und viele patienten das nicht gut verstehen aber ich glaube gerade die erklärung dass sich schnell teilende zellen er getroffen werden von der chemotherapie das ist eine ganz gute erklärung die man sich ja auch vorstellen kann dass durch die antihormonelle therapie die teilung eben verlangsamt wird ich glaube das ist ein ganz gutes bild jetzt die cdk 46 inhibitoren sind ja jetzt für die erste linie werden es besprochen mehr oder weniger standard aber dann gibt es ja auch andere therapien wieder zum beispiel bei einer brca mutation gibt es noch die pub inhibitoren und es gibt ja mittlerweile was ja eine schöne sache ist optionen verschiedene optionen aber wie können sie jetzt irgendwie rausfinden was die beste reihenfolge ist an verschiedenen optionen die zur verfügung stehen wie gehen sie da vor im wahren leben wenn eine patientin vor ihnen sitzt und sie haben verschiedene optionen und wie gehen sie da vor also bei der h2 positiven erkrankung ist das eigentlich sehr stark standardisiert weil wir eben zu den einzelnen therapie linien zulassungsstudien haben die sehr deutliche und auch sehr sehr gute ergebnisse geliefert haben und da ist es eher so dass sich das jetzt durch das tdxd was wir als medikament ja auch in unserem anderen video schon angesprochen hatten nochmal alles so ein bisschen durcheinander gewürfelt wirkt weil es wird jetzt auch eine studie kommen zu tdxd in der erstlinien therapie und wenn die überlegenheit zeigt dann werden wir wieder ganz neu unsere therapiereihenfolgen aufstellen das heißt da ist viel im fluss wir haben super medikamente in der h2 positiven situation die nacheinander gegeben werden und wir schauen jetzt eben was das beste ist mit dem wir anfangen können und da werden erwarten wir im nächsten jahr noch mal daten aus der destiny breast 09 studie die den erstlinienstandard herausfordert und glaube das wird noch mal ganz spannend und letztlich ist ja auch wichtig was haben wir denn bei der frühen erkrankung schon gemacht auch da ist es ja relativ standardisiert wenn der tumor jetzt nicht super klein ist dann fangen wir immer mit einer präoperativen chemotherapie an mit zwei antikörpern und dann entscheiden wir je nachdem ob der tumor ganz weg war oder nicht was machen wir denn dann nach der operation noch für das restliche jahr an anti h2 therapie und diese medikamente die da eingesetzt werden da warten wir auch im nächsten jahr zwei studien so dass das alles sehr stark im fluss ist aber von den medikamenten die wir schon eingesetzt haben hängen natürlich auch die medikamente ab die wir dann wieder geben können und wollen und insofern ist das eine sehr individuelle entscheidung die da getroffen wird wo wir wirklich gut darauf achten was ist schon gemacht worden wie lange hat das gewirkt was steht uns jetzt noch zur verfügung also und natürlich auch welche nebenwirkungen sind für die patientin akzeptabel wo sagt sie nee das kann ich mir jetzt nicht so gut vorstellen also das gibt es nicht so ein patentrezept aber es gibt es auch mal klare korridore die durch die leitlinien definiert sind das heißt alles im fluss und die fachgesellschaften diskutieren dann und machen ja auch vorschläge in welcher situation welche therapie als erstes gegeben werden könnte und welche als zweite und als dritte und diese leitlinien geben einen gewissen hinweis oder sage ich mal leitplanken und innerhalb dieser leitplanken ist es dann wie sie sagen individuelle entscheidung nach nebenwirkungen vor therapien und so weiter und wir können uns darauf verlassen dass sie die neuen ergebnisse immer im blick haben und in die neuen aktualisierten leitlinien dann alle mit einarbeiten und da ist es gut zu wissen dass da so viele wirklich auch international renommierte expertinnen und experten dabei sind weil am ende ja sind die leitlinien ja für uns auch wichtig um zu garantieren dass wir dass die ganzen neuen medikamente auch richtig eingesetzt werden ja wir schauen das auch in deutschland den ag o empfehlungen auch jedes jahr neu an immer quasi nach dem jahreswechsel gucken wir was gab es neues was müssen wir ändern so dass wir da auch immer sehr kurzfristig reagieren können ich glaube da kann man als patientin schon die sicherheit haben dass die aktuelle therapie wirklich auch den aktuellen forschungsergebnissen entspricht ja genau und diese leitlinien oder empfehlungen von der ag o gibt es übrigens auch in einer patienten verständlichen version ja und ich glaube dann haben wir die wichtigsten ergebnisse in zwei videos besprochen einmal zum her zwei positiven her zwei low und her zwei ultra low video was sie sich natürlich auch angucken können oder ihr euch und hier zum hormonabhängigen und her zwei positiv oder negativ brustkrebs auf jeden fall die wichtigsten ergebnisse ich bedanke mich bei frau professor habeck für ihre zeit die geduld alle fragen zu beantworten die diskussion die auswahl der relevanten themen und wir waren uns wieder einig was immer wunderbar ist aber wissen ja auch ein eingespieltes team von daher herzlichen dank und für alle da draußen alles gute für euch und wir hoffen dass wir euch auch wieder ein paar neue dinge mit auf den weg geben konnten alles gute und bis bald vielen dank